Abgereicherte Uran ist ja das, was hier bei der Brennstabsproduktion sowieso anfällt. Das habe ich in weiser Voraussicht hier mal in diese Behälter umgefüllt und noch nicht irgendwo hin verkippt. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industry. Im Update 2, meine lieben Freunde, habe ich jetzt den Punkt erreicht, an dem ich nicht nur die Atomkraftstufe 1 am Start habe. Und wir haben außerdem auch noch das im neuen Update mögliche Wasserstoff- bzw. Brennstoffzellenfrachtschiff am Start gebracht in der letzten Episode. Wenn ihr das nicht gesehen haben solltet, dann könnt ihr euch natürlich die vorherigen Episoden reinziehen. Die Playlist ist immer am Anfang des Videos rechts um in der Ecke verlinkt oder am Ende. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Captain of Industry reinziehen im neuesten Update. Und ihr könnt natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ihr könnt die BR-Nachrichtigungen aktivieren. Genau, und den Kanal abonnieren auch, wenn ihr nichts verpassen wollt. Genau, in der Richtung. Ihr seht auch, dass das Coole ist, die haben tatsächlich für die Frachtschiffe, wenn das eine mit Diesel läuft und das andere mit Wasserstoff, haben sie tatsächlich ein neues Modell noch gebaut. Das finde ich echt geil. Man sieht hier vorne die Wasserstofftanks sogar. Das ist richtig cool gemacht, finde ich. Also das ist nochmal eine Idee cooler als bei den Fahrzeugen auch. Die Fahrzeuge unterscheiden sich ja jetzt nicht so wahnsinnig krass, bis auf diese blauen Tanks, die da teilweise dran sind und so ein bisschen so ein paar Armaturen, die leicht anders sind. Aber die Schiffe unterscheiden sich schon deutlich voneinander. Das ist schon ziemlich krass, ja. Nice, nice. Genau, also wir haben beim letzten Mal hier diesen Atomreaktor Stufe 1 am Start gebracht. Wir hatten dann auch jetzt genug Atommüll, dass ich dann die nächste Stufe der Atomkraft erforschen konnte. Und das ist ja dann der Reaktor Stufe 2. Und den können wir jetzt eigentlich mal an den Start bringen schon, weil wir müssen dazu nur den Reaktor Stufe 1 verbessern. Das heißt, den können wir hier einfach stehen lassen erstmal. Ich muss aber vorher noch eine Sache tun, denn wir müssen hier dafür unsere alten Anlagen nochmal reaktivieren, damit wir genug Backup-Strom produzieren, um uns dann kurzzeitig, während der Reaktor erweitert wird, über Wasser zu halten an der Stelle, stromtechnisch, damit uns hier der Strom nicht ausfällt in der Zeit. Genau, jetzt muss ich aber mal schauen. Wir haben hier Erdsortieranlagen, die blockieren. Was ist da los? Da müssen wir mal einen kleinen Puffer noch einbauen, wie es aussieht. Oder wir haben einfach ein Erdproblem. Kann das sein, dass wir zu viel... Ah ja, wir haben zu viel Erde, alles klar. Da müssen wir mal schauen. Ja, hier hinten ist die Erdaufschüttung schon durch. Warte, da muss ich mal ganz kurz was machen. Sonst laufen wir hier mit Erde voll und dann wird nichts mehr verarbeitet, weil alle Anlagen mit Erde voll sind. Wir sind im Grunde gerade ein bisschen verstopft. Der Bär hat im Grunde gerade Verstopfung eigentlich. Wir können ja erstmal hier hinten noch aufschütten. Lassen Sie hier noch das Gestein noch ein bisschen aufschütten. Das heißt, ich muss mir mal hier jetzt die Aufschüttungszone nehmen. Genau. Man muss die mal hier so ein bisschen nach hinten ziehen und dann gibt mir mal hier den Aufschütter. Genau, die Kante ist ja hier schräg über die ganze Linie. Dann machen wir das doch mal so. Das war das mal so. Ja, nicht so. Nee, 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 nee. Nicht so, sondern so aufschütten. Genau. Schön schütten, schütten, schütten. Machen wir das mal so und so. So, dass da vorne aber noch ein Durchkommen ist, würde ich sagen. Vielleicht nicht ganz so weit nach vorne. Hier muss ja noch dann weggebaggert werden. Auch genau, machen wir das mal so. Das sollte erstmal ein bisschen Luft geben sozusagen, dass die hier mal ein bisschen erdelos werden können. Ausgezeichnet. Und dann müssen sie die anderen Anlagen aussehen, weil dann läuft das jetzt nicht im Hintergrund voll, während wir hier tingeltangeln. Genau, also jetzt muss ich mal schauen. Genau, ihr seht, wir haben momentan auch die Möglichkeit, das leicht zu machen mit dem Aufbau von dem Kernkraftwerk, weil momentan laufen nur diese beiden Generatoren und der läuft hier noch nicht komplett. Und die beiden hier laufen noch gar nicht. Das heißt, wir haben hier locker die Möglichkeit jetzt, diese Anlagen nochmal mit zuzuschalten. Machen wir das mal, reaktivieren wir die jetzt mal, also dass die dann übernehmen können, wenn wir jetzt gleich den Reaktor runterfahren. Den müssen wir ausschalten dafür, das ist ganz wichtig. Den müssen wir ausschalten dafür, der muss runtergefahren werden. Und da in der Zeit, wenn er runtergefahren wird, produziert er natürlich keinen Dampf, ne. So, das heißt, wir machen ihn aus. Jetzt müssen wir warten, bis die Leistung gefallen ist. Dann halten natürlich die Turbinen an, genau. Der Reaktor muss vor der Verbesserung ausgeschaltet werden, genau. Also wir haben ihn jetzt ja auf 0. Jetzt muss ich mal gucken, ob das schon zählt. Wenn er hier auf 0 ist, glaube ich. Wenn die Temperatur unten ist, müsste es, glaube ich, gehen. Jetzt geht's, genau. Okay, wir brauchen 300 Stufe 4 Teile tatsächlich. Dann machen wir das doch gleich mal. Machen wir mal schnelle Lieferungen, nicht wahr? Denn dann können wir nämlich sowohl die normalen Brennstäbe in diesem Reaktor Stufe 2 verarbeiten, als auch Mox-Brennstäbe. Und für Mox-Brennstäbe können wir dann nämlich schon den Atommüll, den 1er-Atommüll recyceln. Das ist ganz wichtig. Das müssen wir mal machen jetzt. Das ist nämlich dann auch schon so ein bisschen die Vorbereitung für den schnellen Brüter. Machen wir das mal, genau. Und da ist es geupgradet. So, jetzt nehmen wir mal hier den normalen Brennstoff. Können wir da eine Prio machen? Ne, können wir nicht. Ich fahre den auf jeden Fall jetzt mal wieder hoch. Genau, und hier kann man jetzt auch die automatische Regelung aktivieren. Und aktiviert regelt der Reaktor die Zielleistung basierend auf dem Wärmebedarf. Jetzt haben wir nämlich ja 192. Warte mal, da muss ich mal eins kurz gucken. Das könnte zu viel sein, tatsächlich. Wir brauchen ja hier eigentlich nur 48 mal 2. Das sind ja 96. So, und dann nochmal 96. Das sind dann 192. Ne, ne, doch, doch. Ist richtig, ist richtig. Alles gut. Ich hatte gerade kurz überlegen müssen, ob das überhaupt passt von den Mengen. Aber das sollte eigentlich genau die Abnahmemenge sein, die wir benötigen. Ne, alles ist gut. Alles ist gut. Und das hier ist dann MOX. Genau, und MOX müssen wir jetzt mal gucken, dass wir das auch produzieren am Ende des Tages. Und dazu müssen wir jetzt erstmal eine Aufbereitungsanlage machen. Wenn wir mal jetzt kurz gucken, MOX-Brennstab, eine Chemieanlage, wo wir Plutonium reinmachen und abgereichertes Uran. Und das abgereicherte Uran ist ja das, was hier bei der Brennstabsproduktion sowieso anfällt. Das habe ich in weiser Voraussicht hier mal in diese Behälter umgefüllt und noch nicht irgendwo hin verkippt, damit wir das dann hier jetzt nutzen können für genau diese Aufgabe. Dass wir daraus dann die MOX-Brennstäbe unter anderem mitmachen in Chemieanlagen. Und Platz gelassen habe ich hier natürlich auch so ein bisschen für diese Verarbeitung, damit das alles so ein bisschen auf einem Haufen ist, damit das alles kompakt ist. Und ich würde sagen, wir machen hier auch gleich noch eine weitere Brücke hin mit noch ein paar Durchlässen, damit das alles durchlässig ist hier. Damit wir da noch Anlagen hinbauen können und Verkabelungen, Leitungen und sowas alles. Genau, müssen wir mal schauen. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall auch noch eine Glasschmelze, weil für dieses Recycling von dem Atommüll brauchen wir geschmolzenes Glas. Dann müssen wir gleich mal gucken. Wir müssen mal schauen hier beim Strom. Was ist Strom? Ja genau. Nukulare Aufbereitungsanlage. Ja, meine lieben Freunde. Das Wort heißt Nukular. Das muss man ja an der Stelle immer ganz deutlich sagen. Guck mal, da brauchen wir Salz. Und das ist ja ganz gut eigentlich, weil das kriegen wir ja sogar aus der Entsalzungsanlage raus. Die wir ja hier auch direkt nebenan haben eigentlich. Also das passt ja eigentlich perfekt zusammen hier. Wir müssen nur ein bisschen gucken, dass wir das so spacen, dass es vielleicht nicht ganz so krass da dran ist. Dass wir da vielleicht noch ein bisschen Abstand lassen. Aber vielleicht auch genug Platz lassen für eine zweite Anlage noch daneben. Bergbau-Kontrollturm hat keine verfügbaren. Naja, da müssen wir mal gucken. Wer ist das? Das bist du hier. Aber ihr seid schon fertig hier mit Graben. Das gibt es ja gar nicht. Moment. Das ist mal hier ja richtig krass, wie schnell ihr hier seid. Schneller als die Polizei erlaubt. Mach mal hier das Gebiet noch größer. Das ist schon relativ groß. Weil das hier wird nämlich dann die nächste Eisenzone, die wir dann abbauen. Und da bagger ich mich nämlich gerade auch schon ein bisschen ran. Das ist nämlich ganz wichtig. Ja, wie Freitagabends in der Bar kann es sich nicht schaden, immer schon mal sich so ein bisschen ranzubaggern. Schon am Anfang. Ganz wichtig. Und hier machen wir jetzt die Anlage fertig hier. Ah, jetzt fehlen uns natürlich Bauteile, wa? 222 fehlen uns. Okay. Das muss halt jetzt einfach mal so nebenbei fertig gemacht werden. Und dann brauchen wir da ja eigentlich eine Glasschmelze. Weil wir haben ja, wie ihr sehen könnt, einen Bedarf nach Säure. Einen Bedarf nach Atommüll, logischerweise. Weil der muss ja da verarbeitet werden. Und einen Bedarf nach geschmolzenem Glas auch. Allerdings sind das relativ homöopathische Dosen, die da anfallen beim geschmolzenen Glas. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber muss halt trotzdem... Also kann halt nicht geliefert werden, das geschmolzene Glas, logischerweise. Weil ein LKW kann keine geschmolzenen Materialien transportieren. Das muss halt vor Ort hergestellt werden. Genau so. Das heißt, wir brauchen eine Schmelze. Da reicht auch dann eine kleine erst mal. Ein kleiner Hochofen reicht da völlig aus. Schnelle Lieferung. So, dann sagen wir hier, geschmolzenes Glas. Und dann machen wir da schon mal eine Rinne. Eine Rinne, immer Rinn in die Rinne hier. Da reicht auch eine völlig aus. Da brauchen wir jetzt nicht irgendwie riesige Mengen. Genau. Da müssen wir hier hinten dann Mischglas reinliefern lassen. Weil ich glaube, wir machen hier keinen Mixer noch hin, der dann entsprechend hier Mischglas produziert. Wobei, man könnte es machen. Da bräuchten wir halt Kalkstein, Sand und Salz. Salz hätten wir hier eigentlich auch wieder vor Ort. Aber Kalkstein müsste halt hierher geliefert werden. Und Sand auch wieder. So, dann muss ich noch einen Mischglasbehälter bei den Mischglasproduzenten aufbauen. Hier machen wir Kohle und sagen vollhalten. Und hier machen wir Mischglas und sagen auch vollhalten. Genau so. Und wenn da jetzt Überschüsse sind, müsste das ja da eigentlich hinkommen. Schauen wir mal. Hier war der Mischglasproduzent. Machen wir hier das Overlay aus. Ja, genau. Das Ding war hier hervorragend. So, dann haben wir ja hier so einen Überschuss. Jetzt ist aber das Ding. Jetzt müssen wir erst mal... Wir müssen zwei Überschussregelungen machen. Eine für das Mischglas an sich. Und eine für das geschmolzene Glas, was hier ja nicht verarbeitet werden kann. Weil das ist ja hier... Beziehungsweise ja Glasschrott, genau. Wir haben ja hier auch gleichzeitig das Recycling vom Glasschrott. Was man natürlich auch machen könnte ist... Das ist auch eine Idee. Wir könnten bei dem Glasschrott... Das können wir machen. Eine Prioritätenlösung machen. Und den Glasschrott rüber zur Nuklearanlage transportieren. So, jetzt haben wir hier... Ah, das braucht Teraflops. Ah, da braucht man Rechenkapazität. Moment, können wir das überhaupt schon machen? Haben wir überhaupt schon einen Rechenzent? Ja, haben wir. Okay, da brauchen wir auch 100 Teile. Ähm... Das ist doch der Zentrale. Oh, da brauchen wir Goldbarren. Okay, das ist ganz schlecht. Weil Gold ist ganz schlecht. Das können wir noch gar nicht produzieren. Da haben wir noch gar keine Quelle. Beziehungsweise haben wir da eine Möglichkeit, über die Karte ranzukommen an Gold? Das wäre mal eine spannende Frage. Ja, nee. Kann wir nicht. Doch. Wir könnten ein Darlehen aufnehmen. Aber Darlehen, das müssen wir ja bezahlen mit dem Rohstoff wieder. Also, das würde, glaube ich, dann auch nicht gehen. Tja, das ist ja blöd. Warte mal. Da müssen wir mal gucken. Können wir hier... Wir müssen mal hier die Karte noch ein bisschen weiter aufdecken, glaube ich. Wir müssen mal schauen, was hier noch so ist. Hier hinten ist auch irgendwie noch... Hier ist noch eine Bohrinsel und sowas. Wir müssen die Karte weiter aufdecken. Da oben war auch ein Quarzbergwerk. Okay, also das geht ja gar nicht dann hier. Das produziert aber schon auch Rechenleistung. Stellt Rechenleistung als Ressource bereit, die auf ihrer Insel genügt. Seit wann braucht man dafür den Gold? Das ist doch neu, oder? Dass man dafür Gold braucht. Ich kann mich da nicht erinnern. Und dann auch noch 60 Barren, Alter. Okay, da müssen wir mal ein bisschen umdisponieren jetzt tatsächlich. Wenn wir jetzt so dringend Gold brauchen, um hier weiterzukommen, dann müssen wir das natürlich erst mal so machen, dass wir da auch rankommen. Also, wir machen jetzt hier mal die Aufschüttung so. Ich hab hier schon, ihr seht, so einen kleinen Schniebel rausgezogen. Das hat auch einen Grund. Weil wir haben nämlich zwei Goldquellen. Das ist die gute Nachricht, die auch sehr groß sind. Die schlechte Nachricht ist, wir haben zwei Goldquellen, die nicht leicht erreichbar sind. Die eine ist ganz da hinten. Die können wir sowieso knicken. Die ist viel zu weit weg. Und da müsste man sich auch erst mal hinschütten, aufgraben. Was weiß ich. Das kannst du vergessen. Die andere ist, das ist die zweite gute Nachricht. Die ist hier direkt nebenan eigentlich. Ein Problem ist nur, das Gelände ist hier doch ein bisschen schwierig. Das heißt, wir müssen uns da wahrscheinlich eher hin aufschütten. Weil durchgraben wird wahrscheinlich nichts. Das dauert ewig. Also ist Aufschütten wahrscheinlich die bessere Lösung. Das heißt, wir müssen uns hier so einen ganz schmalen Weg dahin aufschütten, bevor wir überhaupt Gold abgraben können. Also das heißt, müssen wir mal jetzt schon mal machen. Schon mal vor allem. Und ihr seht, das ist jetzt auch nicht gerade so einfach, weil da muss man sich ganz schön durch eine ganz schöne tiefe Stelle durchgraben auch. Also aufschütten. Genau. Also müssen wir schütten, schütten, schütten hilft alles nix. Baggern, schütten, was das Zeug hält prinzipiell. Und vorher können wir noch kein Atommüll verarbeiten tatsächlich. Es sei denn, wir kriegen noch irgendwie anders Gold. Ähm, da muss ich mal hier alle Locationen. Das Lustige ist, wir würden sogar Mikrochips bekommen. Aber wir kriegen kein Gold. Haben wir da vielleicht irgendwie einen Vertrag oder so? Irgendwie Verträge. Das war vielleicht Verträge für Gold. Das wäre ja noch eine Idee. Wenigstens Golderz oder sowas. Hier oben scheint noch irgendwie eine Stadt zu sein. Hier ist noch eine Stadt. Genau, hier haben wir gerade... Ne, Moment, das ist keine Stadt. Ah, da kann ich... Das ist eine Werft. Da kann ich Frachtschiffe herstellen lassen. Okay, das ist auch gut. Ähm, dann fahren wir hier wieder hin zurück jetzt. Das hier oben scheint auch noch eine Stadt zu sein. Wenn das grün ist, müsste das eigentlich eine Stadt sein. Hier gibt es nochmal irgendwie was zu finden. Das könnte nochmal ein Saatgut oder sowas sein. Das Rechenzentrum fehlt. Ja, ich weiß, das Problem ist, äh... Das ist leider nicht so einfach zu beheben jetzt tatsächlich. Das Ding ist auch, äh, wir kommen ja... Weil jetzt einige wahrscheinlich auch wieder sagen, du musst Forschung anwerfen. Ja, das Problem ist aber... Hier genau, hier ist das Rechenzentrum. Für die Forschung an dem hochwertigen Rechenzentrum brauchen wir... Also müssen wir selber herstellen 20 von diesen hochwertigen Chips. Um diese hochwertigen Chips aber herzustellen, brauchen wir Gold. Ja, weil wir müssen ja hier die Dinger herstellen. Und dazu müssen wir Gold entweder irgendwie ranschaffen, produzieren oder... Also ihr seht schon, das ist so eine... So eine Geschichte halt. Und auch für die Forschungsstufe 4, beziehungsweise Stufe 5 in dem Fall... Brauchen wir ja auch diese roten Mikrochips. Und für die, ja, ist das ja hier... Das Blaue ist ja das Vorprodukt davon. Und auch dafür brauchen wir wieder Gold. Das heißt, ohne Gold kommen wir da nicht weiter an der Stelle. Ja. Wir müssen Gold produzieren. Oder uns irgendwie liefern lassen. Entweder liefern lassen oder produzieren. Irgendwas in der Richtung. Das ist eine Vorstufe. Also dieses eine hier, was wir hier hatten gerade. Ich weiß gerade nicht, wo es ist. Hier genau. Das ist eine Vorstufe davon. Ja, das ist sehr aufwendig, was die Energie und die Wartung angeht. Produziert dafür aber so eine grundlegende Rechenleistung. Das ist noch... Das basiert noch auf den alten Datenzentren, so wie die ganz früher mal waren. Als die Computer noch mit Magnetbändern und so ihre Daten gespeichert haben und so. Oder Lochkarten. Das ist so ein Ding, tatsächlich. Das sieht man auch, wenn man in dieses Gebäude dann reinzoomt, wenn das gebaut ist. Da stehen dann so Magnetbandmaschinen rum. Wie bei den alten NASA Computern und so. Da war das ja auch so. Genau. Ne, aber das nützt uns nichts. So, das Schiff ist wieder da. Ja, dann schickt das mal gleich nach hier oben. Denn wenn da nämlich nochmal eine Siedlung ist. Irgendwo gibt es bestimmt eine Siedlung, die uns einen Vertrag anbietet für Golderz. Dann ist halt die Frage, was wollen sie haben für das Golderz. Weil prinzipiell könnte man natürlich auch, wenn das jetzt zu lange dauern würde, mit dem Aufschütten zum Gold. Und dann müssen wir ja da auch erstmal was abbauen. Das dauert ja dann auch. Das wird bestimmt mehrere Jahre brauchen, bis wir uns hier aufgeschüttet haben. Mehrere Ingame-Jahre. Alleine schon hier den Schniebel erstmal fertig aufzuschütten, bis da überhaupt angefangen wird. Das dauert ja noch ewig. Genau. Auf jeden Fall, wenn das jetzt zu lange dauert, wäre es vielleicht schlauer, wenn wir uns da irgendwie einen Handelsvertrag vorher noch machen. Dann müssten wir halt das Gut, was dafür benötigt wird, gezielt produzieren. Und im ungünstigsten Fall brauchen wir dafür auch wieder Gold. Irgendwo muss es Gold eigentlich geben als Vertrag. Oder es fehlt uns noch eine Stadt. Es gibt kein Gold als Vertrag. Das kann aber nicht sein. Das ist unmöglich. Es muss irgendwo Gold geben als Vertrag. Hier müssen wir Gold für Öl geben. Aber es muss irgendwo auch Erz geben. Golderz. Dann scheint irgendwo noch ein Streifen zu sein, wo es noch weiter geht. Wo noch irgendwo sich eine Stadt versteckt. Wahrscheinlich hier. Wir gehen jetzt mal hier hin noch. Irgendwo hier. Hier. Oder vielleicht auch hier hinten. Wobei, da waren wir jetzt ja gerade dran eigentlich. Da müsste er uns das eigentlich zeigen. Vielleicht dann eher so hier. Hier ist ein Quarzbergwerk. Dann musst du kämpfen. Kämpf dich durch. Ja, ja. Wir müssen so oder so jetzt kämpfen. Das stimmt. Die Frage ist jetzt eher, wo ist die eine Stadt, die einen Goldhandel macht. Das ist eigentlich wichtig jetzt. Weil das wäre einfacher. Dann brauchen wir nämlich hier nur noch einen Frachtdok. Machen hier dann eine Goldverarbeitung. Direkt hier vor Ort. Kann man ja direkt machen. Und dann können wir da nämlich auch gleich die Elektronikproduktion machen. Was gar nicht so verkehrt ist. Weil hier haben wir ja direkt das Kupfer auch. Was wir dafür ja auch benutzen könnten. Also das wäre alles dann auf einem Haufen sozusagen. Wäre schon nicht verkehrt. Könnte man so machen. Es ist aber auch krass, dass die Atomverarbeitung, Atommüllverarbeitung Rechenleistung benötigt. Ah ja. Guck mal. Sie haben nicht einen Schaden gekriegt. Hervorragend. Was haben wir gefunden? Ah, Sojabonen. Okay. Ah, da können wir eine Forschung einreihen. Nice. Warte. Das sind ja hier auch die Spezialsaatgüter. Die wir ja auch noch erforschen müssen. Stimmt. Da können wir auch unsere Landwirtschaft mal ausbauen. Damit wir mal mehr Dünger verbrauchen auch. Ganz wichtig. So. Das Schiff kommt wieder zurück. Ne, kommt es nicht. Fahr mal wieder zurück. Dass du dich auftanken kannst. Dann fahren wir mal am besten hier unten noch hin. Weil wir brauchen auch diese Kisten. Wie gesagt, da sind Saatgüter drin. Die brauchen wir zur Erforschung. Ganz wichtig. Aber die gute Nachricht ist, der Reaktor läuft auch so. Also auch wenn jetzt kein Mox da produziert wird dafür, er läuft ja auch mit normalen Brennstäben. Also das ist erstmal nicht das Problem, ja. Ist halt nur ärgerlich insofern, weil... Ah ja, wir können ja hier die andere Anlage wieder ausschalten auch. Sekunde. Brauchen wir ja hier jetzt nicht mehr, genau. Wie gesagt, es ist ganz gut, wenn wir die noch aufheben parallel. Man könnte sie abreißen eigentlich. Aber ich glaube, es ist für den Anfang ganz gut, wenn wir sie noch haben. Also, falls doch mal was ist mit dem Atomkraftwerk. Das weiß man ja immer nicht. Vielleicht passiert ja irgendwas. Kommt aus irgendeinem Grund nicht mehr genug Uran, weil ich vergessen habe, die Produktionsmenge zu erhöhen und sowas. Weil meine Brennstabslager leer laufen. Aber momentan haben wir da eher einen Überschuss als einen Verbrauch. Hier zum Beispiel wird gerade nichts produziert. Warum nicht? Hier wird nichts produziert. Was ist hier los? Weil kein Uran da ist. Okay. Aber das Schiff ist unterwegs gerade. Nee, aber es ist alles gut prinzipiell. Holzvollernter hat nichts zum Holzen. Moment. Du sollst aber holzen, mein Freund. Kannst du da hinten holzen? Ja, kannst du. Okay. Und dann holzen wir hier auch noch so ein bisschen. Holzen, holzen, holzen. Schön wegholzen alles. Und ich glaube, wenn ich dann alles weggeholzt habe, dann können wir den dann auch mal einmodden. So, du fährst mal jetzt erst mal hier hin. Dann machen wir uns mal, machen wir mal die Bohrinsel da mal klar. Der Holzernter kommt nicht auf die Plateaus. Ja, dann, ich glaube, den werde ich auch demnächst auflösen. Weil wir verbrauchen ja jetzt im Endeffekt auch nicht mehr so viel Holz dadurch, dass wir ja hier das Holz nicht mehr für die Verstromung brauchen durch dieses AKW. Also, ähm, werde ich den wahrscheinlich eh auflösen. Das bisschen hier hinten. Das ist eigentlich jetzt mittlerweile nur noch, dass wir das halt loswerden, dass es nicht mehr im Weg rumsteht, das Holz. Wenn wir da hinten doch mal irgendwie was bauen wollen oder so. Mehr ist es eigentlich jetzt gerade nicht mehr. So richtig brauchen, tun wir es eigentlich nicht mehr. Und hier auf die Inseln kommen wir auch nicht hoch. Okay, Kampf. Und ja, die, die losen schon direkt ab, bevor sie ankommen. Sehr schön. Nice. Unser Schiff hat eine Bohrinsel entdeckt. Da können wir eigentlich auch gleich die nächste Schlacht noch machen. Was soll der Geiz? So, läuft das jetzt? Schlacht. Yes, macht sie platt. Ha, die haben auch nicht, sind nicht zum Schuss gekommen. Sehr schön. So, äh, jetzt muss sie wieder zurückfahren. Genau, und dann können wir uns den Ort hier noch vornehmen. 430. Okay, das ist ein bisschen potenter. Ah, guck mal, hier, hier ist noch eine Stadt. Alles klar. Das muss bestimmt die Goldstadt sein. Ja, das, wie gesagt, das ist hier alles noch suboptimal. Das muss eigentlich da an der Stelle weg und muss nochmal komplett übersichtlich und schön aufgebaut werden. Aber da war halt hier der Platz auch nicht vorhanden. Das ist hier so eine Allround-Anlage. Die macht halt alles, aber halt nur in den nötigsten Mengen, ja. Also, das geht noch besser, ja. Tatsächlich. Möbel sind hier schon in der Stadt, werden schon verkauft. So, wie sieht es aus, äh, reverriert ist. Alles klar. Dann lass mal, lass mal hier durchbrechen erstmal und zu der Stadt fahren. Ich muss mal wissen, ob es da Gold gibt. Was ist das hier? Das ist ein Kalksteinbruch. Ja, genau. Wer alles kann, kann nichts richtig. Ja, ja, so ähnlich kannst du eigentlich sagen, funktioniert die Anlage nach genau diesem Prinzip. Wer, wer alles kann, kann aber nichts richtig. Und genau so ist das hier auch. Es wird hier alles produziert, was wir brauchen. Wir kriegen hier Baumaterialien in allen Stufen. Wir kriegen Mikrochips, also zumindest die Stufe 1er. Wir kriegen die Wartung hin. Wir kriegen die, äh, Forschung auch irgendwie noch hin. Aber wir kriegen halt davon kaum was richtig hin. Also, es gibt immer irgendwie so einen leichten Mangel, der irgendwie kompensiert werden muss. Zum Beispiel hier müssen wir mit Unity boosten. Die Möbelproduktion muss auch mit Unity geboostet werden, ja. Und Platz zum Ausbauen haben wir hier halt einfach nicht. Ja, das muss halt besser werden noch, ne. Aber wie gesagt, da ist einfach hier auch nicht der Platz und der Ort dafür. Das muss woanders gemacht werden. Aber es ist schon ein etwas potenterer Gegner, definitiv. Aber auch er hat keine Chance. Sehr schön. Ah, Mikrochips. Aber leider zählt es nicht. Wir müssen sie produzieren. Wir dürfen sie nicht finden. Das ist halt ein bisschen blöd. Aber wir haben da schon ein ziemlich stattliches Kontingent mittlerweile schon von den roten Chips. Da haben wir schon fast 100 jetzt. Mit denen, die jetzt da noch dazu gekommen sind. Also, kann sich eigentlich sehen lassen. So, dann haben wir uns hier die Stadt erkämpft. Da gucken wir dann gleich mal. Wir fahren da direkt mal hin. Ja, das habe ich ein bisschen verpennt hier. Ich hatte mich halt hier zum Quarz zuerst vorgearbeitet. Und sogar schon so weit dran gebaggert. Dass wenn die jetzt hier abtragen, das Material, dass sie dann sogar schon Quarz kriegen. Bloß das Problem ist, ohne Gold mit mir das Quarz nix. Und das Gold ist halt erst hier hinten. Und das habe ich voll nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Sind ja hier schon über der Hälfte. Schon 53%. Und wenn es toll ist, ja, dann könnte es ein bisschen schwierig werden hier. Also, wir sind da schon auch ein kleines bisschen unter Zeitdruck, ja. Es ist nicht so, dass das jetzt hier irgendwie chili-chili ist, irgendwie. Früher hatte man sowas geoutsourced, ja. Ich kann ja, wie gesagt, die Gold-Erz-Lieferung outsourcen über einen Handelsvertrag. Ich muss halt nur den richtigen Handelspartner finden. Das ist eigentlich da das Problem, ja. Wenn ich den Handelspartner gefunden habe, der mir das anbietet, und selber natürlich auch das produziere, was ich dafür dann auch liefern muss, dann ist das kein Problem, ja. Aber den muss ich halt erst mal finden. So, deswegen fahren wir jetzt mal hier gleich zu dieser Stadt und gucken mal, ob der das vielleicht ist. Weil dann können wir nämlich direkt das machen mit dieser ganzen Gold-Logistik. Denn letztendlich ist ja auch das der Grund, warum wir das AKW überhaupt gebaut haben. Weil ja diese ganze Chip-Produktion sehr viel Strom frisst. Durch die ganzen Lichtbögenöfen, die man da braucht. Die brauchen ja immer gleich 3 Megawatt pro Anlage. Und das sind ja nur die Stufe 1er auch. Da gibt es ja dann noch die Stufe 2er, glaube ich. Die ja dann auch Erz verarbeiten können und so. Also, das ist schon ganz schön heftig. Viele Städte können es nicht mehr sein auf der Karte. Mir macht hier gerade die Wartungsstufe 1 Sorgen. Die stürzt gerade ein bisschen ab. Warte mal, da müssen wir mal ganz kurz gucken. Woran liegt das? Ähm, da kommt einfach, da fehlt einfach eine Anlage. Kommt einfach nicht hin noch. Minus 6. Das ist schlecht. Das heißt, wir müssen da noch eine Anlage dazustellen für Wartungsstufe 1. Warum geht die plötzlich so durch die Decke, die Wartungsstufe 1? Und haben wir irgendwie hier... Wir haben doch gar nicht so viel gebaut jetzt. Oder kommt hier nicht hin noch an. Warte mal, wir mal ganz kurz mal laufen lassen. Ne, die läuft durch. Okay, wenn das hier durchläuft, ist das kein gutes Zeichen in der Regel. Das bedeutet, dass wir sehr viel Verbrauch an Wartungsstufe 1 haben. Okay, das heißt, wir brauchen dringendst eine zweite Anlage an der Stelle. Äh... Es kommt immer alles zusammen in Captain of Industry. Weißt du, die ganze Zeit läuft es total ruhig und entspannt. Und dann gibt es so diesen Tipping Point. Wenn du irgendwie was veränderst. Diesen Tipping Point, wo es dann tippt. Und wenn es tippt, dann hast du ein Problem. Weil wenn es dann einmal getippt ist, dann tippt auch einiges. Dann tippt einiges gleich mit. Dann tippt nämlich nicht nur eine Sache. Dann tippt alles gleich. So, warte, mach das. Genau. Das nehmen wir mal hier raus. Das wollen wir nicht mehr. Genau. So, jetzt müssen wir mal hier dieses Förderband hier. Das müssen wir mal ein bisschen einkürzen jetzt. Das gehört hier nicht hin. Mal ganz schnell mal dazu machen. Genau. Bing. Genau. So, und dann haben wir hier den Output für den Müll. Genau. Und hier müssen wir dann Elektronik noch abzwickern, abzwacken. Wenn wir das einfach nach oben nehmen. Nehmen sie es nach oben. Ja, genau. Ja, okay. Hauptsache es geht irgendwie rein, ja. Don't judge me for my Förderband, my friend. So, hervorragend. Und jetzt müssen wir da das machen. Genau. Machen sie. Jawohl. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass die Maschinenteile und Elektronikteile ausreichen. Genau. Jetzt müsste es eigentlich wieder ins Plus gehen normalerweise. Das ist nämlich ganz wichtig. Das darf uns hier nicht nach unten ausreißen. Dann bleiben nämlich die Fahrzeuge stehen. Beziehungsweise die Anlagen, die Stufe 1 sind. Die Stufe 1 Wartung brauchen. So, äh, genau. Warte, ist das Schiff jetzt eigentlich kaputt? Nein. Okay. Dann fahren wir damit mal gleich noch hier hin. Und machen da mal noch die Schlacht. So, und jetzt wollte ich noch schauen wegen dem Vertrag. Haben wir einen Goldvertrag jetzt? Nein. Es ist doch. 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 Okay. Treibstoff. Ah, das ist gut. Wir produzieren ja immer noch Treibstoff, den wir momentan für nichts brauchen. Das ist perfekt. Wir haben sogar noch eine Treibstoffleitung zum Hafen. Ich werde wahnsinnig. Also Diesel. Das ist der erste Vertrag, den wir abschließen werden. Wenn wir Gold kriegen, dann brauchen wir nämlich nicht selber Gold herstellen. Der Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn. Und damit ist es sogar die beste Entscheidung meines Captain of Industry Daseins gewesen, Wasserstoff für meine Fahrzeuge zu benutzen. Weil wir jetzt den überschüssigen Treibstoff verwenden können für Goldlieferungen. Der absolute Irrsinn. Das Förderband ist zu langsam. Hier ist einiges zu langsam. Hier ist einiges zu langsam. Wichtig ist nur, dass jetzt erstmal ein Überschuss zustande kommt. Ja, das Förderband ist zu langsam. Ja, ja. Ich merke schon. Ich merke schon. Hier, das können wir auch gleich noch an eine Stufe abkriegen. Kampf! Oh mein Gott. Okay, die sind ein bisschen potenter unterwegs, die Knaben. Aber alles gut. Guck mal, hat er schon erledigt. Fruchtsaat! Jawohl! Da können wir gleich auch mal das einstellen hier noch, die Forschung. Warte, wo war das jetzt? Fruchtsaat? Da, Obst! Obst ist im Haus! Hier bleibt alles, wie es ist. Nice. Ja, Wahnsinn. Guckt euch das doch an. Das müssen wir noch schneller machen, hier das Band. Nice. Stark ausgelastet sind meine LKWs schon wieder. Das ist ja stark. So, jetzt müssen wir uns mal ganz kurz einen Überblick verschaffen über Dinge, die jetzt hier vielleicht nicht ausreichen. Äh, wie sieht es mit dem Wasserstoff aus? Da habe ich gerade auch gesehen, dass wir da ein leichtes Minus haben anscheinend. Ja, ja, da haben wir ein leichtes Minus. Okay, das ist schlecht. Woran liegt das? Weil da alles durchläuft jetzt aktuell, was Wasserstoff angeht. Okay, wir haben anscheinend gerade einen richtig großen Jump im Wasserstoffverbrauch. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil die Fahrzeuge gerade sehr, sehr häufig hin und her fahren. Was dazu führt, dass wir hier negativ sind. Das heißt, wir brauchen eine weitere Wasserstoffanlage. Schornstein ist ja da hinten. Genau, den können wir ja noch mitnutzen. Sollte eigentlich passen. So, dann mach das mal hier ein Stückchen noch in die Mitte einfach. So, so und dann... Ne, warte, das war jetzt falsch. Stopp mal ganz kurz. Ich muss das mal im Pausenmodus mal schnell machen. So, so und so und dann nehme ich so nach unten noch. Genau, so wollen wir es haben. Wir wollen ja beide Anlagen anschließen. Ja, nicht nur eine, nisch mal. So, mach das mal schnell. Vielleicht so lange wir auch noch Bauteile haben, die wir verwenden können. Ist es vielleicht auch nicht schlecht, das jetzt direkt zu machen. So, hier, der Qualm muss raus. Der Qualm muss raus. Dann muss hier der Wasserstoff rein. Wunder, nice. So, was muss da noch? Ein Gas muss rein. Okay, dann müssen wir hier nochmal eine Leitung abknippern, idealerweise. Ja, falbieren wir mal hier den Flow einfach. So, das müsste eigentlich schon... Wie viel brauchen wir hier? 36 mal 3 jetzt. Okay, das sind... Oh Gott, 36 mal 72. Und dann nochmal 36 oben drauf sind 108. Ne, 108. Wenn der Bär sich jetzt nicht völlig verrechnet hat, sind es 108 Gas. 30, nochmal 30, sind 60. Hier staut sich es aber auch schon. Okay, das heißt, wir brauchen hier wahrscheinlich noch dickere Rohre am Ende des Tages. Müssen wir gleich mal gucken. Also hier sind es 30. So, da müsste von woanders noch mehr kommen. Genau, von hier kommt noch was. 18 kommt hier noch raus. 30, also 60 plus 18 sind 88. Nein, 78. 78, das reicht noch nicht. Das heißt, da muss von hier noch was nachkommen. Und das kommt von wo genau? Das kommt hier, da ist der Überschuss. Genau, Priorität. Ah, nein. Das müssen wir so machen. Genau, so müssen wir das machen. Priorität aus, genau. Das muss dann hier raus. Nicht hier rein, sondern hier raus. Würde ich sagen, genau. Müsst ihr ja jetzt eigentlich machen auch. So, und das kommt von, ah, das kommt von den, von den, äh, Tanks da hinten, die wir benutzen, um die Biomasse zu verarbeiten. Alles klar. Und das hier kommt von der Raffinerie, die den Treibstoff produziert. Nicht wahr? Genau, von hier. Ah, und da kommen auch nochmal 30. Alles klar, da kommen auch nochmal 30. Das heißt, wir sind dann schon bei 108. Wir waren ja gerade eben bei 78, dann sind wir bei 108. Und dann kommen ja noch die Einheiten von der anderen Seite, von, von den Tanks. Das passt also alles. Ganz ausgezeichnet, genau. Also dann haben wir jetzt genau die Gasmenge, die wir brauchen. Es kann trotzdem sein, dass manchmal nicht ganz genug kommt. Aber solange die Anlagen alle irgendwie was bekommen, müsste das eigentlich passen. Dann müssten wir hier eigentlich einen Überschuss produzieren jetzt. Ansonsten müssen wir einen Elektrolyseur noch hinstellen. Das hatten wir ja auch gesagt. Dadurch, dass wir jetzt das AKW noch haben. Ha, das können wir eigentlich gleich mal machen. So ein bisschen so ein Ergänzungswasserstoff noch. Das ist eine ganz ausgezeichnete Idee. Das machen wir jetzt gleich. Ich muss doch gucken, wo das nochmal genau war. Das war hier beim Wasser, genau. Elektrolyseur 2. Pass mal auf jetzt. Jetzt wird das hier richtig haarig. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ich muss auch Wasser da reinfädeln. Wo ist es nochmal, das Wasser? Das Wasser ist hier. Okay, das müssen wir uns gleich mal holen, ne? Mach das doch einfach mal so hier hin jetzt. Genau. So. So, und da stellen wir ein. Erstmal natürlich das Ding bauen. Und da stellen wir ein Wasser, genau. Guck mal, da haben wir auch Sauerstoff gleich direkt noch. Ähm, und da kannst du mal einfüllen hier Wasser hinten rein. Immer hinten rein. Hier ist Wasser, genau. Da ist Wasser. Wasser wird gebraucht. Wasser wird gebraucht. So, macht das da hin, das Wasser da hin. Und dann da runter. Genau, hervorragend. Und dann mach es rein. Und dann machen wir mal hier den Wasserstoff noch dazu noch. So, jetzt muss ich nochmal... Ich würde da auf jeden Fall eine Überschusslösung noch machen. All dieweil, wir haben ja da durchaus eine Prio zu machen für den Wasserstoff, der aus dem Gas entsteht. Gaswasserscheiße heißt es ja auch am Ende des Tages. Es kommt ja auch nicht von irgendwo her. Das heißt, wir machen das so. So, und dann kommt das hier. Kommt hier rein. Das kommt hier raus. Guck mal, jetzt sieht auch viel schöner aus gleich. Sieht viel professioneller aus, wenn da noch so mehr Rohre sind. Ich finde, mehr Rohre lassen das Ganze immer viel professioneller erscheinen, als es eigentlich ist. Und das ist eigentlich so ein Vorteil. Weil das ist ja das letztendlich, was du willst. Du willst, dass es einen professionellen Anschein hat. Ganz wichtig. So, hier genau. Dann machen wir jetzt hier den Wasserstoff raus. Warte. So, dass es auch richtig ist. Ja, genau. Hervorragend. So, und dann müssen wir sagen, wir profilieren, bevorzugen das und das. Aber nicht das. Ganz wichtig. Das kommt nur dann rein, wenn alles andere hier nicht ausreicht. Genau. So, und hier sagen wir, nein, nicht beliefern. Nein, nein, hört auf damit. Sauerstoff muss noch raus. Sauerstoff muss noch raus. Und der Sauerstoff wurde verwendet. Der wurde verwendet hier drüben. Und da braucht man natürlich dann auch wieder eine... Ah, den können wir da einfach rein... Ja, perfekt. Warte. Warte, warte, warte. Ist gleich soweit. Ich hab's gleich. So. So, weil können wir hier noch mehr Elektrolyseure auch aufstellen eigentlich. Ach, herrlich. Guckt euch doch den Salat an hier, der hier schon wieder produziert wird. Es ist... Es ist der absolute Salatwahnsinn. Mal wieder so richtig Salat produzieren. Hier gibt's den besten Salat, meine lieben Freunde. Guckt mal da. So, jetzt machen wir jetzt da irgendwie so da so hin. Irgendwie so. Ja, ja, so. Nee, warte, so. Nein. Stopp. Mach's erst mal da hin. Und da, da. Ja, 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 da so dazwischen. Dazwischen, sag ich. Da hin. Und da rein. Da, da muss der Sauerstoff rein. Da, 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 da unten. Mach's doch rein. Jetzt halt. Und dann wird da jetzt Wasserstoff produziert. So, jetzt ganz wichtig. Jetzt machen wir hier die Priorität auf niedrig. Die niedrigstmögliche Priorität. So, und das führt dazu, dass diese Anlage wirklich nur dann läuft, wenn Überschüsse bei den Arbeitskräften da sind und wenn Überschüsse beim Strom da sind. Weil alle anderen Anlagen haben eine Priorität über 15. Das heißt, äh, also die sind weiter oben in der Hierarchie. Das heißt, diese Anlage läuft wirklich nur, wenn dieser Tank nicht genug befüllt wird von diesen Anlagen und wenn wir genug Strom haben und genug Arbeiter. Das heißt, wenn eine von diesen Voraussetzungen nicht erfüllt ist, produziert diese Anlage nichts oder läuft voll. Ja, und damit ist das, äh, damit läuft die nicht permanent. Das ist nämlich ganz wichtig, weil diese Elektrolyseure brauchen so viel Energie. 3,6 Megawatt sind halt sehr viel. Und damit, dass wir da jetzt nicht unseren ganzen Wasserstoff nur damit produzieren. Ja, momentan haben wir die Stromüberschüsse, aber irgendwann brauchen wir ja noch Rechenzentren, da brauchen wir noch die Atomaufbereitung. Das kostet alles ganz wahnsinnig viel Strom, den wir dann irgendwann einfach uns auch wieder mühsam aufteilen müssen, bevor wir dann wieder die nächste Energieproduktionsstufe erreichen. Und das ist halt so eine Sache. Und ich sehe gerade die Stufe 2 Wartung geht auch wieder. Ah, ne, okay, die passt noch. Okay, alles gut. Ne, äh, genau das passt. So, jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt haben wir ja die Sache mit dem, mit dem Liefervertrag, die ja auch noch im Hintergrund ansteht. Und da müssen wir mal gucken. Jetzt werde ich aber, bevor wir das mit dem Liefervertrag machen, erstmal das Schiff reparieren. So, wir haben ja passenderweise hier sogar noch eine Treibstoffleitung. Wir müssen jetzt mal folgendes machen. Wir brauchen ja einen Handelsvertrag. So, wir brauchen eine Lieferung, ich muss nochmal gucken. Wir brauchen eine Lieferung von Treibstoff gegen Gold. So, jetzt müssen wir mal schauen. Das heißt, wir brauchen an diesem Handelsstock einen Flüssigkeitstank für Export. Und wir brauchen einen, ja, was ist denn das dann? Schütt, ne, Moment, das ist kein Schüttgut, das ist Stückgut tatsächlich, die Goldbarren. Schade, dass es kein Erz ist. Das wäre mir lieber, weil dann könnten wir das selber verarbeiten. Aber gut, fertige Barren sind natürlich auch eine feine Sache. Ähm, wir können mal gucken. Äh, haben wir hier noch irgendwo eine Möglichkeit, noch weiterzukommen eigentlich? Hier hinten gäbe es nochmal ein Saatgut wahrscheinlich. Und hier gibt es noch Notes, wo man noch weitergucken kann, ob da noch was ist. Ich glaube, es gibt hier noch mindestens eine weitere Stadt. Das sind nicht genug Verträge. Da fehlen noch mindestens, da fehlen noch zwei Verträge mindestens, würde ich sagen. Ich glaube, da ist noch was irgendwo. Man kann sogar Klärschlamm bekommen gegen Schwefel. Auch interessant. Auch ein interessanter Deal, ja, den man da machen kann. Ich glaube, wie gesagt, das wird hier unser nächstes. Also ich gucke mal, wir brauchen ja jetzt dann auch einen, einen Dock. Dann machen wir mal so einen Vierer-Dock, würde ich sagen. Wir müssen ja 1300 Einheiten überhaupt erstmal exportiert kriegen auch. Ähm, machen wir das mal so hier hin. Wie nah können wir denn da ran an das andere eigentlich? Dass wir da nicht so viel Platz verschwenden vielleicht. Ja, okay. Kollision mit Frachtdepot. Alles klar, bis hierhin könnte man ran. Und hat das dann noch Upgrade-Potenzial eigentlich? Das ist eine gute Frage. Weil ich könnte natürlich auch gleich das Große benutzen. Das kostet natürlich sehr viel Zeug. Sehr viele Bauteile. Das kleine, oder das mittlere kann ich mir halt leisten. Vielleicht doch ein kleines bisschen noch ein Abstand. Ich meine, wir müssen ja letztendlich auch dafür sorgen, dass hier dahinter auch genug Platz für die Verarbeitungsanlagen ist. Hm, vielleicht lieber ein Stückchen weiter rüber nehmen und dann hier noch eins dazwischen bauen. Das könnte vielleicht schlauer sein. Weil wir haben ja da noch ganz viel Platz, wo wir auch noch aufschütten können. Also komm, wir machen das mal eher so hier hin. Ein bisschen mehr so am Rand. So machen wir das. So, und dann können wir schon mal schnell bauen den Spaß. Dann ist das schon mal fertig. Und ein Frachtschiff brauchen wir ja auch noch. Das, äh, fehlt ja auch. Da gab's aber noch eins. Warte, da war ja, hier war noch eins. Da müssen wir da mal hinfahren. Ist das Schiff schon repariert? Nein, noch nicht. Okay, da müssen wir mal warten, bis die das gemacht haben. Weil dann können wir nämlich uns hier das Frachtschiff noch krallen. Mal gucken, was wir da für die Reparatur brauchen. Okay, genau. Jetzt fehlt ja hier ein Schiff, genau. So, jetzt können wir ja hier auch gar nicht einstellen, dass das eigentlich Wasserstoff haben soll. Das müssen wir dann auch einstellen. Haben wir irgendwo noch einen Engpass? Irgendwas vielleicht zufällig? Ne, sieht eigentlich sehr gut aus. Ja, Stahl ist halt ein bisschen wenig am Start, ne? Müssen wir ein bisschen auf dem Zettel behalten. Das könnte ein Problem sein. Das liegt aber auch daran, dass wir jetzt gerade ständig das Schiff reparieren müssen. Und hier wird natürlich jetzt auch entsprechend viel am Baumaterial nachproduziert noch. Das zieht den Stahl halt ganz schön raus. Sieht man hier so ein bisschen, ja. Und auch die Maschinenteile. Oh, Maschinenteileproduktion sieht nicht mehr allzu gut aus tatsächlich. Da müssen wir mal hier schnell mal die Anlage verbessern. Und da ist zu wenig, was da kommt. Das sieht hier nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. So, da haben wir jetzt hier nochmal 24. Hier 24. Und das sind ja jetzt hier aus den Metallplatten die Produktionen. Das heißt, die Metallplatten müssen wir auch ein bisschen auf dem Zettel behalten. Könnte sein, dass die jetzt auch nicht mehr ausreichen. Möglicherweise. Ich glaube, wir müssen unsere nicht genug Wartung eins. Eieiei, da geht es schon los, siehste. Da geht es schon los. Da ist schon, die Panik ist da. Da müssen wir hier die Anlagen mal schnell steigern nochmal. Dass die 48 Dinger raushauen. Und mal hier noch die Belieferung mit den Platten ein bisschen schneller machen. Und mal hier mit Unity boosten schnell mal alles. Alles mal schnell boosten. Hier müssen wir noch eine Anlage dann daneben stellen am besten. Das ist wahrscheinlich eine bessere Lösung als die jetzt hier zu boosten. Aber das Boosten ging jetzt am schnellsten. Und das hier war jetzt auch nur eine Notlösung. Wie ihr sagt, das ist halt eine Anlage, die muss halt echt mal jetzt langsam groß gebaut werden. Ich muss auch diese Öfen hier noch verbessern auch. Die sind immer noch auf Stufe 1. Das ist auch nicht so wahnsinnig effektiv, ne. Ist alles noch auf dem Zettel. Müssen wir alles noch machen, ja. Definitiv. Vielleicht ist das sogar am schlauesten, bevor wir hier noch irgendwelche Frachtschiffe noch mit dazunehmen und so. Und an dieser Stelle endet diese Folge Captain of Industry. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen. Damit ihr immer mitbekommt, wenn es neue Videos gibt. Und ihr könnt auch gerne mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen im Epic Store. Für euch wird es dann nicht teurer. Aber ihr unterstützt mich mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und es wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Und an der Stelle bedanke ich mich auch, wenn ihr das schon gemacht habt. Ich bedanke mich auch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.